Der Beyond 4 Technophil mit einem Produkt, was es so nicht in Deutschland gibt, in absehbarer Zeit vermutlich auch nicht kommen wird, aber nicht irgendwann. Ich fand es allerdings trotzdem cool genug, um euch kurz davon zu berichten, das sind so Bluetooth-Headsets. Das hier ist erstmal nichts weiter spannendes, gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Das hier ist Mono, also geht nur in ein Ohr. Das hier ist so mit Neckband. Und hier ähnlich wie das, was ich gerade teste. Das Interessante bei diesen Teilen ist, dass die das Mikrofon auf der Innenseite haben. Ich werde mal kurz gucken, eine Sekunde. Hier habe ich das Ganze mal im Prospekt betrachtet. Das Mikrofon ist an der Stelle, nimmt von einem Knochen quasi die Schwingung auf. Ihr könnt damit in der Disco quasi immer noch voll funktionsfähig ein Telefonat führen. Ich war gerade selber in dieser Kabine hier drin, da ist Lautstärke ohne Ende. Hier sind auch zwei wunderschöne Frauen, die muss ich dringend mal ins Bild bringen. Und in dieser Kabine, wo echt ein Lutzi abgeht, da konnte man problemlos immer noch mit diesen Dingern telefonieren. Ich war sehr begeistert. Ich war bersend großartig. Und eine kpartnerin? Das ist eine gute Dönungsweg. Vielen Dank.